Herzlich willkommen zum zweiten nordfriesischen Bildungsforum. Im letzten Jahr war das Bildungsforum als gemeinsame Veranstaltung für 160 Teilnehmer nicht nur ein informatives, sondern auch ein physisches Erlebnis. Wir konnten das Thema Übergänge in der Bildung als Gemeinschaftsaufgabe in seiner Größe und Vielschichtigkeit als offenen Prozess gestalten. Der Austausch und die gemeinsame Verantwortungsübernahme standen im Zentrum. Damit wir die vorhandenen Ressourcen, Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter wachsen lassen können, müssen wir auf die Beziehung zwischen den einzelnen Akteuren schauen und diese stärken. Nur so können wir uns weiterentwickeln und unsere Potenziale und vorhandenen Möglichkeiten besser ausschöpfen. Leider ist das aktuelle Wirkungsfeld des Bildungsforums unter den geltenden Corona-Bestimmungen eine ganz eigene Herausforderung. Aktuell können wir nicht zu einer gemeinsamen Konferenz vor Ort zusammenfinden. Unser Bewegungsradius ist deutlich eingeschränkt. Unser neuer Alltag in der andauernden Corona-Krise wird weiterhin auf unbestimmte Zeit unser gesellschaftliches Leben durcheinanderwirbeln. Dies wollen wir trotz aller Einschränkungen thematisieren. Dank der Möglichkeiten des digitalen Raumes lade ich Sie herzlich ein, unseren Referenten Michael Felten und Matthias Habeter zuzuhören, wie wir trotz aller Herausforderungen den Überblick wahren können. Den direkten Austausch können wir Ihnen durch die technischen Möglichkeiten von Microsoft Teams ermöglichen. Am 28. und 29. September jeweils ab 16 Uhr stehen Herr Felten und Herr Habeter für einen persönlichen Austausch und eine thematische Vertiefung zur Verfügung. Melden Sie sich gerne unter birteüberlehr.de und ich lasse Ihnen die nötigen Anmeldedaten zukommen. Ich danke allen Beteiligten für ihre offene und flexible Bereitschaft, dieses neue Format zu probieren und wünsche uns allen, dass wir den Überblick wahren.